Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei über 38.000 US-Dollar. Wir haben unsere Supportzone gehittet, wo wir vorgestern drüber gesprochen haben. Seitdem kennt Bitcoin nur eine Richtung und zwar nach oben. Neues Hoch haben wir zwar noch nicht erreicht. Ob das möglicherweise dann in den nächsten Stunden folgt, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem, wie stehen die Chancen für eine Korrektur? Wir werden auf Ethereum blicken und natürlich auch mal ganz kurz auf die Stockmärkte. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem, wie gesagt, gerne in die Talkgruppe reinkommt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die auch jederzeit in der ganz normalen Talkgruppe stellen. Und weiterhin, wenn ihr euch noch nicht bei BingX registriert habt, registriert euch da gerne. Ihr kriegt 10% Rabatt lebenslang auf die Gebühren und es folgt auch bald wieder ein kleines Gewinnspiel. Wahrscheinlich noch vor Weihnachten, also deutlich vor Weihnachten. Will ich nur mal als kleinen Tipp daran geben. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein, wie gesagt, Bitcoin bei 38.000 US-Dollar. Aber wir sehen, oder wir haben ja am, jetzt muss ich überlegen, heute ist Mittwoch, am Montag darüber gesprochen, dass das 0,5er, beziehungsweise hier in Richtung 0,618er, FIP-Level, das wäre das nächste Level für die Long-Position. Und genau hier sind wir auch, ja, rangekommen. Sind dann hier perfekt gebounced, also haben klar ein bisschen konsolidiert hier, weil es ein bisschen gedauert hat. Aber darauf folgend ging es dann nach oben und heute Nacht dann in der Spitze auf knapp 38.400 US-Dollar. Also jeder müsste jetzt hier im Profit sein, zwei Take-Profits genommen haben und jetzt erstmal chillen. Was mich hier ein bisschen stört, muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir eben hier nicht die Kraft hatten für ein höheres Hoch. Also es könnte sich jetzt erst einmal möglicherweise hier so ein kleines Doppeltop nämlich daraus bilden. Also da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen, dass das jetzt eben nicht der Fall sein wird. Sollten wir nämlich hier doch nochmal ein höheres Hoch generieren. Das heißt, in den nächsten Stunden hier nochmal rüberkommen und drunter schließen, ist das ganz klar ein Short-Signal. Und dann können wir eben aufgrund der offenen Position hier nochmal eine Short-Position eingehen. Ziel-Level können wir auch gleich bestimmen. Und zwar werden wir jetzt gerade mal das FIP-Level hier wegmachen, weil das wurde ja schon erreicht. Perfektes Setup eigentlich gewesen hier. Und nehmen uns dann, na wo haben wir das FIP, so, von unserem Tief zu unserem Hoch. Dann sehen wir, okay, hier würde es auch sehr, sehr gut passen, wenn wir hier nochmal den Retest der 37.350 bis ungefähr 37.300 US-Dollar-Marke sehen. Wir gucken uns auch hier gleich dazu auch nochmal die Vector-Candles an, weil die ja relativ gut gezogen haben. Auch hier wegen unserer Ineffizienz eigentlich perfekt abgeholt worden. Auch hier haben wir ein, zwei Vector-Candles, die genau hier eben in den Golden Pocket mit drin sind. Das heißt, es würde sehr, sehr gut passen, wenn wir einerseits natürlich das Last Week High nochmal antesten. Liquidität darüber abziehen, Short-Position aufmachen, wir haben die Long-Position auch offen, kein Problem. Short hier oben reingehen und dann eben hier unten möglicherweise dann die Position wieder verdoppeln. Mit aber dann auch wiederum Stop-Loss hier ungefähr bei 37.000 US-Dollar. Also tiefer oder höher sollte der Stop-Loss nicht sein, weil, wie gesagt, ihr seht es hier an den Vector-Candles. Wir haben hier eine schöne Demand-Zone. Plus wir haben genau vor dem Golden Pocket auch nochmal eine Demand-Zone. Und, wie gesagt, die Vector-Candles, die hier eben auch noch liegen. Klar, würden wir unser Psi-High, Psi-Low kurz nach unten hindurchbrechen. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so schlimm. Oder macht jetzt in dem Kontext jetzt nicht so wirklich viel aus, weil das Golden Pocket hier meiner Meinung kurzfristig auf jeden Fall überwiegt. Ansonsten Short-Technisch müssen wir mal gucken, wie wir da das Setup am besten machen. Wir schauen mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Time-Frame, wenn er denn laden würde. Wir haben, wie gesagt, hier oben die 40.000 US-Dollar-Marke, die immer noch eine magische Zahl einerseits ist, andererseits haben wir, wie gesagt, die 38.500 US-Dollar-Marke oder 38.400 ist es ja knapp hier oben, die wir jetzt erst einmal durchbrechen müssen. Das heißt, Zwecks-Short, den wir hier eingehen möchten an dieser Stelle, würde ich auf jeden Fall hier nicht auf die 40.000 spekulieren, weil dann haben wir hier einen Stop-Loss von 4,65%. Dann kannst du die Long-Position auch gleich dicht machen, meiner Meinung nach. Das heißt, ich würde hier ungefähr einen Risk von 1,5% einplanen. Das heißt, hier knapp wieder über unseren Abtrend-Kanal, der sich hier so schön gebildet hat und mehr auch nicht. Das heißt, grob bei 39.100 US-Dollar, weil die 39.000er-Marke ist auch wieder so eine psychologisch wichtige Marke. Das heißt, Stop-Loss, wer hier in Short reingehen möchte bei einem höheren Hoch, natürlich würde ich das nur machen, wenn die Long-Position hier bei euch offen ist. Ansonsten ist mir das Risiko, ehrlich gesagt, viel, viel zu hoch, dass wir hier in Richtung 40.000 US-Dollar hochballern. Das heißt, Entry 38.5, Stop-Loss 39.1 und dann auch würdig gegebenenfalls sollte man hier ausgestoppt werden, den dritten Take-Profit, dann auch hier irgendwo in diese Region dann von dem Long auf jeden Fall setzen. Ansonsten sollten wir eben diese Short-Position abholen, wäre es perfekt. Dann runtergehen, würde ich auch hier unten dann den ersten oder zweiten Take-Profit in dieser Zone, wo dann das Golden Pocket liegt, abholen. Und dann müssen wir nochmal das Ganze ganz genau beurteilen, ob hier möglicherweise dann die Kraft schon ausgeht oder ob wir hier möglicherweise im Pump weiter fortsetzen. Heute fangen wir an mit den News ein bisschen. Was so ein bisschen losgeht, steht einiges an. WPI-Daten, warum da Bayern steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall Erwartungen zu den Inflationserwartungen in der EU kommen. Dann haben wir um 14.30 Uhr PCI-Daten. Bruttoinlandsprodukt kommt auf jeden Fall heute. Also da kommen heute wieder um 14.30 Uhr sehr, sehr viele Zahlen auf uns zu, was natürlich dann auch hier die Kurse etwas beeinflussen könnte. Also heute kommt deutlich, deutlich mehr Bewegung rein, freue ich mich drauf. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier das gleiche Spiel eigentlich wie bei Bitcoin. Wir haben das Golden Pocket abgeholt, wo wir darüber gesprochen haben. Hier muss ich aber ehrlicherweise sagen, bin ich nicht reingegangen. Ich bin nur in Bitcoin reingegangen, weil, wie gesagt, mir ist die ganze Lage immer noch ein bisschen zu ungewiss und dann möchte ich lieber nur einen Trade riskieren. Aber auch hier muss man dazu sagen, eine richtige Reaktion ist hier ein bisschen verwalt geblieben. Also klar, Golden Pocket, Pump nach oben, aber ein höheres Hoch fehlt hier auch noch. Und bei Bitcoin sind wir da deutlich näher als bei Ethereum. Also hier war es erstmal die richtige Entscheidung, nicht in einen Trade zu gehen. Deswegen würde ich hier jetzt auch erstmal alles wegmachen. Wir befinden uns hier weiterhin in einer Seitwärtsrange. Wir haben, wie gesagt, das Golden Pocket getestet. Plus, je nachdem, wie hier eben diese Linie zieht, kann man sagen, okay, das war jetzt auch der perfekte Retest hier eben unseres ehemaligen Downtrends. Das heißt, die Linie machen wir jetzt auch mal weg. Trotzdem, hier gibt sich wirklich viel dazu zu sagen. Short Trade technisch würde ich hier entweder warten, wenn wir hier dieses Hoch gegebenenfalls wieder nur testen, dann wären wir hier wieder an der Range, beziehungsweise hier die Marke von 2.145 US-Dollar. Ansonsten gibt es hier eigentlich nichts zu sagen. Deswegen blicken wir jetzt noch mal ganz kurz auf die US-Märkte, weil ich ja hier auch in der Telegram-Gruppe dazu geschrieben habe. Wo haben wir es? Ansonsten bin ich DAX und Dow Jones, also Short. Da habe ich auf jeden Fall einen Short aufgemacht. Läuft derzeit, naja, also er ist im Plus, muss man dazu sagen. Leicht im Plus, aber so richtig überzeugt bin ich davon auch nicht. Kann sein, dass ich da gegebenenfalls im Laufe des Tages nochmal eine Mitteilung rausgebe, dass ich den dann auf Plus, Minus, Null schließe. Und beim Dow Jones sind wir hier auch ziemlich auf Entry. Also ihr seht hier, gut, das darf man jetzt nicht nehmen, ich bin hier ein bisschen später reingegangen. Wir sind hier minimal im Minus beim Dow Jones. Ich habe noch einen Puffer hier bis ungefähr 35.800 US-Dollar. Überlege diesen noch über diese grüne Box zu ziehen, aber ansonsten, wie gesagt, normalerweise bin ich immer noch der Überzeugung, die Märkte gehören korrigiert, vielleicht passiert das dann heute um 14.30 Uhr mit eben diesen Zahlen, die auf uns zukommen. Wir können mal ganz kurz gucken, Bruttoinlandsprodukt, nachdem es das letzte Mal so komplett durch die Decke gegangen ist. 4,9 ist die Prognose. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, 4,9. Und vorher war es auch 4,9. Also das heißt, die Wirtschaft soll wieder extrem stark wachsen. Warten wir erstmal ab, entweder wird dann komplett unser Trade liquidiert oder es wird nicht so kommen und wir kriegen hier endlich unsere Korrektur rein. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare unten schreiben und Gold übrigens komplett am explodieren. Short hat sich erledigt, also da brauchen wir auch gar nicht mehr reingehen. Dritten Tag, nächster Tag Profit würde ich jetzt auf jeden Fall nehmen. Und ansonsten, ja, war es das von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, gerne eure Meinung und in den Chat reinschreiben, was ihr davon haltet. Auch davon bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich überzeugt. Gut, dann war es das von mir. Wir hören uns eventuell dann später nochmal, ja, wünsche euch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag, Like, Abo, Telegram-Gruppe, Join und ja, dann war es das von mir. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.